Einst war sie Miss Germany und arbeitete als Politikerin. Die meisten kennen Dagmar Wörl allerdings als Investoren aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen. Auf Instagram zeigt sich die Unternehmerin jetzt im Urlaub auf den Seychellen mit Sonne, Strand, Meer und einem strahlenden Lächeln. Weil die 68-Jährige im schwarzen Badeanzug eine super Figur macht, flippen ihre Fans beim Anblick dieser Bilder aus. Ihre Bewunderung drücken viele mit Flammen und Herzaugen-Emojis aus. Ein Kommentar lautet auch, der Hintergrund und die Umgebung sind zwar schön, aber du bist schöner. Sie selbst schreibt zu den Fotos, schnorcheln in Anse Severe. Es war traumhaft. Was macht ihr gern im Urlaub?